Was ist das? Ey, das ist doch, wo wir abgehauen sind von der Testobal-Station. Da mussten wir hier leben, oder nicht? Hä? Sie müssen klettern. Es gibt da irgendwo einen Wartungsschacht, der zum Aufzug führt. Ähm. Was ist er denn? Ähm. Ähm. Was ist mit ihm passiert? Frag ich mich eher. Der Arme. Guck nicht so viele Pornohäfte an. Das hat er eigentlich gelabelt. Das hab ich über lauter Heft nicht gehört. Irgendwo, dass du so einen Wartungsschacht suchen musst, wo du hoch kannst, weil die ganzen Aufzüge gesperrt sind. Der muss hier sein. Und ich bin anscheinend genau richtig. Die ganzen Aufzüge gesperrt? Ich bin doch gar nicht mit dem Aufzug gefahren. Was war denn, wer hat davon Probleme? Vor allem, weißt du, wie der sich... Gut, wir sind auch alleine, aber er sitzt jetzt ganz alleine in einem Raum voller Leichen. Tolle Auf... Was? Och nö. Och nö. Och nö! Zugangscode? Nein! What the fuck? Was hab ich denn da ausgerüst? Warte, wie denn... Boah, ist jetzt wieder dieser Bug, ey, dass man... Jetzt hat's geklappt. Keine Ahnung, ist irgendein Bug. Ja, das kann ich jetzt brauchen. Ich muss einen Zugangscode finden. Ist hier denn... Da ist doch schon ein Computer. Der ist jetzt immer nicht an, oder? Weiß ich jetzt nicht. Ich guck einfach mal. Geil. Ja, bevor ich jetzt weiß, ich weiß nicht, ich wohne renne. Smith liest das. Wo hast du einen Code? Ach, acht, drei, acht, zwei. Wenn ich's richtig lese. Bei dir. Ach, ja. So, für euch wieder. Geht auch nicht schneller. Doch, ein bisschen. De, de 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 de. Sebastian Pol ist eine Geisterstadt. Und niemanden scheint das zu interessieren. Doch mich? Ja. Weiß ich denn da. Drei, acht, zwei. Und umgekehrt. 8. 2, glaube ich. Ja egal, wir können alles probieren. Irgendwas mit 8 und 3 und 2. Ich weiß es jetzt auch nicht mehr, ehrlich gesagt. 8, 3, 8, 2. Ja, mal gucken. Ja, es ist samtig, richtig samtig. Ist hier nichts mehr? Bin immer so enttäuscht, wenn hier nur ein Sensor... Da muss man rein. Wie hieß die Show, wo das Lied am Ende... Oh, das Lied immer... Keine Ahnung. Am Ende mit dem heißen Draht. Weißt du welche? Weißt du, wo du die Million gewinnen bekommst? Du musst am Ende den heißen Draht und dann kamst du durch das Tor oder so. Wie hieß die denn? Die Million Show? Könnte zwar sein, ne? Mach mal auf. Ach du Kacke. Was zum Hinkern. Kommt jetzt ein Jump and Run oder was? Ich hasse Jump and Run! Kann ich nicht hier... Oh ne, da geht es sowieso nicht. Wenn ich hier... ... 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